Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu Tengshu's Death Assassins. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, also da haben wir ja den korrupten Finanzminister, glaube ich... Ne, das kommt jetzt, genau. Wir wissen, was wir beim letzten Mal gemacht haben... Äh, das habe ich jetzt wieder vergessen. Scheiße. Egal. Ich weiß, was wir jetzt machen sollen. Und zwar sollen wir jetzt den korrupten Finanzminister killen. Genau, letztes Mal haben wir den Checkpoint durchquert. So, ja, wir killen den korrupten Finanzminister. Ähm, ich nehme Items mit. Jede Menge... Ah, ich müsste eigentlich nochmal Shurikens hier mitnehmen. Hm. Dann nehme ich den Panzer nicht mit und nehme noch ein paar Shurikens mit. Und hier Giftreis. Genau. So, aber nicht so viel. Dann haben wir uns mal ausgeglichen. Genau. So, dann killen wir mal den korrupten Minister. So, wir sollen den Bodyguard finden. Und die Bogenschützen, da sollen wir drauf achten. Minister Kataoka, sure likes his money. Können erst mal eine Cutscene. Was ist das, Besenia? Es gibt mehr hier als usual. Wir können nicht tun, ohne dich. The money is merely a token of our appreciation. I like the way you think. What can I help you with today? We have put in bids for the construction work next month. If you could only... Leave it to me. But remember, what happened to Ichigoya. Tread carefully. Eheh, 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 eheh. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich den direchten Weg. Und zwar hier lang. Ja, genau. Willkommen zurück zu meinem Let's Play hier. Ähm, ja. Mittwochnachmittags. Hälfte der Woche ist schon wieder geschafft, ey. Die Zeit ist so rasend schnell im Moment, ne? Ich glaube, es war nämlich angedacht, dass ich... Ah, stopp! Da! Da ist ein Typ, okay. Nein! Warte mal, ich schmeiß mal den Giftreis. Der müsste da jetzt hingehen, voll fokussiert. Und den versuchen zu essen. Genau, sehr schön. Yes! Geschafft! Boah, geil! Alles klar. Ah, genau deswegen sollte man eigentlich immer Reis mitnehmen, ne? Das ist doch sehr geil. So, okay. Sogar das Reisplättchen habe ich sogar wieder. So. Wen haben wir da hinten noch? Ich finde die Musik auch so geil hier. So ein bisschen... Schiene... Ah, japanisch? Ah, genau deswegen. Japanisch gemischt mit Spanisch. So ein bisschen in Hintergrundmusik. Finde ich eigentlich ziemlich geil, so. Da ist auch noch der Hund, ne? Ja, genau. Da ist noch der Hund. Ah, geh weg, du Töne! So. So. Zack. Da ist er down. Und der Typ da hinten ist wieder weg. Ah, ne, da ist er. Okay. Alles klar. Wenn du jetzt jetzt rumdreht, ist er tot. Einmal noch? Nice night. Ja, das stimmt. Sieht schön aus hier, ja. Ah, ne. Okay. Ah! Okay. Oh klar. So, jetzt. Und. Und zack. Geil. Okay. Sehr schön. Ja. Ah, wie gesagt. Ja, Items. Sehr schön. Und da sind Items, eine Bombe und ein Heiltrank. Den will ich natürlich haben, ist klar. So. Sehr schön. So. Ja. Wir spielen hier wieder dieses schöne Spiel. Diesmal wirklich... Ich dring mich mal ein bisschen mehr an. Aber ich weiß, dass ich da eher zu der Fehlgemeinde gehöre manchmal, ne? So. So. Komm schon. Mhm. Da. Aber Frage ist jetzt... Nein, 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 nein. Frage ist jetzt, was geht der für eine Route? So. Ah, kommt der hier rein, oder was? Nee, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Nein! Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Scheiße. Äh... Fuck. Ich hab's verschissen. Ah, der rennt vorbei. Sehr schön. So. Wo ist der? Oh, nee! Egal, dann kill ich den jetzt so. Ist mir scheißegal. So. Dann kill ich den jetzt so. Dann kill ich den dann. Zack. Und zack. Ja, so. Den, der, der ist mir genug auf den Sack gegangen. So. Frage ist jetzt... Wo ist der Nächste? Ach, schön hier. Schöne Atmosphäre, ey. Nur das letzte Level von dem Spiel mag ich irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, das passt nicht irgendwie. Das letzte Level hier. Das ist so eine Akuchi-At... Akuchi-the-Hardless-Atmosphäre in dem Tengshu. Hä? Ich weiß nicht. Da drin ist... Ist das eine Unschuldige? Eine Gegner-Patrouille? Oder was? Nee, hä? Hallo? Bin ich jetzt... Ah! Okay. Alles klar. Und... Yes. Sehr schön. So. Wer hat mich da entdeckt? Wer hat mich da entdeckt? Hä? Verarschen? Wer hat mich da entdeckt? Hallo? Das verstehe ich hinten. Hä? Wer kommt denn da? Wer läuft denn hier rum, sag mal? So. Und... Ah! Geh doch da hoch, Mensch. Ich muss da hoch. Ja. Zack. Ah, hier drin. Hier unten, oder was? Okay. Frage ist jetzt... Oh Gott. So. Wer hat mich denn eben... ...entdeckt? Hä? Verstehe ich nicht. Na, egal. Jedenfalls ist hier hinter, glaube ich, einer. So. Ah, ist eine Unschuldige. Alles klar. Ich verstehe. So. Die ist nämlich hier hinter. Ah, Katzen. Okay. Na ja, stimmt. Die Katzen. Ja, ja. Das sind ja so süße Viecher hier. Oh, Mann. Ist hier irgendwas drin? Ne, ich sehe nix. Da ist, glaube ich, nix drin. Ne, dann lasse ich das mal. Dann lasse ich die mal in Ruhe, oder? So, was haben wir hier? Ah, ein Heiltrank. Ja. Geil. Okay. Haben wir den? Gehen. So. Gehe ich jetzt nochmal hier in die Richtung zurück. So. Hier laufen überall Leute rum. Überall laufen hier Leute rum. Mensch. Oh, Gott. Wo ist denn hier der... ...der Typ oder Gegner? Oh, ich hab so einen Schieß hier, ne? Ah, scheiße. Den konnte ich doch nicht sehen durch die Wand. Mensch. Oh, Gott. Alter, ich dachte, hier wäre ein Abgrund, ey. Scheiße. So. Der ist rechts irgendwo, okay? Oh, Mann. Okay. Er hat aufgehört zu rennen. Okay, und dann? Wo rennt der rum? Wo rennt der rum, sag mal? Hier rennt irgendwo noch jemand rum. Verstehe ich nicht. Ah, da ist er. Da ist er. Nein, 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 nein. Boah, zum Glück ist sie nicht hochgegangen, ey. Okay, er geht da rein, okay. Okay. Ah, zwei. Ach du Scheiße, wie soll ich denn das machen? Zwei Stück. Alter Schwede. So. So. Zwei Gegner. Oha. Okay. Jetzt. Oder? Nein, ich bin zu spät. Scheiße, ich bin zu spät gewesen. Nein. Nein. Nicht gegen zwei. Vergiss es. Oh, Mann. Oh. Oh. Oh, ey. Nein. Ah, verfolgt mich doch nicht. Ah, da ist noch einer. Ah, haha. Scheiße. Oh. Scheiße. Oh. Ey, die, die, die rennen aber echt immer. Die wissen echt. Ah, jetzt die auch noch. Boah, ich lade das gleich neu. Was soll denn der Müll? Ist mal ehrlich. So. Jetzt beruhigt euch doch mal. So. Haha. Okay. Ne, ich komme aber nicht. Kannst du vergessen, mein Freund. Alter, jetzt wird es schon wieder viermal entdeckt. Fuck, du weh in dieser einen Situation da. Oh, Mann. Was ist das für ein Abfuck wirklich, ey. Jetzt ist da noch die Unschuldige drin. Ach. Also. Natürlich. Wer denn? Wer entdeckt mich hier? Also der Typ kann es unmöglich gewesen sein. Der Typ war das nicht. Wahrscheinlich ist wieder so eine unschuldige Gegnerpatrouille. Hä? So, dann. Da hat einer sein Schwert reingepackt. Okay. Ach, okay. Da ist noch eine Unschuldige drin. Ja. Super. Egal, der geht da raus. Und dann. Ja, genau. Da ist er. Ja. Okay. Ich bin nirgendwo, okay. Jetzt bin ich wieder hier angekommen. Ey. Wie kann der mich denn durch die Hecke sehen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Tut mir leid. Vielleicht muss ich aufs Dach. Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre doch echt mal eine Idee. Hier hoch. Genau. So. Dann kann ich hier oben mal ein bisschen. Ah. Ne, hä? Ne, keine Ahnung. Dann kann ich hier oben mal ein bisschen. Ah, Kids. Katze. Okay. Dann kann ich hier oben mal ein bisschen die Lage checken. Wenn er sich jetzt rumdreht, ist er fertig. Genau. So. Zack. Ja, aber ohne, dass mich ein anderer entdeckt. Ne. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das schafft man nicht. Das schafft man doch nicht. Ja, natürlich kommen die hier hin. Ist klar. Oh. Scheiße. Mann, das ist doch schon wieder so eine Fail-Folge. Jetzt mal ehrlich. Das ist doch schon wieder so eine Fail-Folge. Ey, wie oft will er mich noch entdecken? Und schon wieder hier hin. Der weiß immer, wo ich hinlaufe. Ja, so, jetzt ist es mir egal. Oder, hä? Jetzt kill ich den so, ist mir scheißegal. Ne. Das wird mir jetzt zu blöd, wirklich. Das wird mir jetzt zu blöd. Das wird mir jetzt zu blöd, ohne Scheiß. Nee. Mann. Das wird mir jetzt echt zu blöd, ey. Nee, aber wie man das hier machen soll, unentdeckt, weiß ich nicht. Wenn hier drei Leute auf engstem Raum aufeinander hocken. Geh da bitte hoch. Oh, Mann, du sollst da hoch gehen, habe ich gesagt. Egal. Ah! Nein, 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 nein. Unschuldige. Okay. Es ist so ein Rumgefähle hier. Ah! Okay, ich habe ihn gesehen. Da links ist der. Okay. Die Frage ist jetzt, wie bewegt er sich? Oder bewegt er sich überhaupt? Nö, der steht nur rum. Oder was? Da ist noch einer. Okay. Boah. Aber der steht da nur rum, ne? Ja, sehr schön. Ah, nee, das ist der... Okay. Das ist der Bodyguard. Du, dein Lord Goddard Ninja. Wie kommentierend ist, dass du hierher gekommen bist. Ich habe Orte, dich zu töten. Ah, nee, das ist движZo. Keilin! Keilin! Please, share my life. Hm, make you a deal. Tell me where your boss is and maybe I'll let you live. The monster is out. He... He... He should be back soon. Hm, hm. Jetzt geht's weiter. Der gleiche Pfeil, der kam auch bei Rikimaru im Übrigen. Ah, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass hier so ein paar mal doch ähnliche Cutscenes drin sind, aber gut. Ganz verschieden kann man das Spiel, glaube ich, nicht programmieren. So, die sind jetzt natürlich hier in... Alarmbereitschaft, ist klar, ne? So, hier ist einer drin. Was denn? Was denn? Was denn? Oh Gott. Zwei! Okay. 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 Ja, natürlich sieht der mich jetzt, ey. Auf einmal sieht der mich. Shit. So. Wo ist... Ey! Auf einmal! Was machst du? Vielleicht kannst du mich sehen. Ja, die Bogenschützen hier, die sind echt unnormal. Übertriebene Reichweite, die... Die die haben, ey. Und die können hinter Wände gucken. Ernsthaft. Die können durch Wände gucken. Ist auch so unfair. Ja, die Statistik von dem Level wird definitiv nicht Großmeister. Ne, dafür bin ich zu schlecht. Es tut mir leid. Ich kann... Ich kann's nicht ändern, irgendwie. Wo ist der denn jetzt? Nicht runter gehen! Warum geht die runter? Oh, ich wollte doch nicht runter! Das war schon wieder so ein scheiß Tippfehler, ey. Oh! Oh! Es ist ärgerlich, weil normalerweise... Hätte ich das doch nicht gemacht, man. Oh! Oh, da! Nein, 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 nein. Oh. Die verschwinden aber wirklich manchmal, ne? Jetzt ist der auf einmal wieder weg. Wenn ich mich jetzt rumdrehe, ist der wieder da. Das ist ja auch so eine Scheiße hier. So, wo ist denn der? Der war doch eben hier. Ja, jetzt kommt der andere Typ. Jetzt kommt der andere Typ. Oh, ey. Jetzt kommt der andere Typ und rennt wie wild hier rum. Und, ja. Was verstehe ich? Ich verstehe diese Mechanik echt nicht. Ist das ein Bug oder was? Beruhig dich bitte. Beruhig dich bitte. Ich bitte dich doch schon drum. Ach, danke. Okay. So, jetzt aber hier. Ja, natürlich. Jetzt kommt der andere. Oder was? Ne, hä? Keine Ahnung. Ja, der ist hier drin. Okay, der hier drin ist auch einer. Und wer hat mich da eben entdeckt? Was für ein Spaß. Die hat mich da eben entdeckt, ey. Shit, ey. Die kommen aber auch aus dem Nichts, ey. Da, 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 da. Ich hab ihn gesehen. Da. Ja. Okay. Nein, 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 nein. So. Hier drin, da ist, glaub ich, auch noch einer, wa? Warte ich mal, bis der... Und nicht verschwinden. Dann warte ich mal, bis der sich das rumdreht, wollte ich sagen. Nein. So. Dreh dich vollständig rum, bitte. Nein, er macht es nicht. Okay. Gut, dann. Dann muss ich's anders probieren. Dann guck ich erst mal drin, ne? Ob da drin irgendeiner ist. Ah, ne Unschuldige, alles klar. Okay. Ne, dann... Da hinten... Da hinten... Genau. Dreh dich doch einmal... Oh, dreh dich doch mal richtig rum. Da geh ich halt jetzt so hierhin. Nein, das ist nix. Nein, nein. Ja, ich weiß, aber... Ich hoffe... Ah, da ist noch einer. Okay. So, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ja, genau. So, okay. Und nein. Oh, da ist noch einer. Uh, scheiße, Mann. Ah, nein, der sieht den jetzt. Oder was? Hä? Nö, der sieht den nicht. Okay. Aber was... Oh, Mensch. Ach, wie soll man... Ey. Kann man hier... Kann man hier hoch überhaupt? Ja, kann man. Übertrieben. Scheiße. Naja, egal. Frage ist jetzt... Ah, da ist er! Oh, Gott. Oh, Gott, ey. Die Frage ist jetzt... Ne, ich sehe den nicht. Ja, wie soll ich das machen jetzt? Wie soll ich das jetzt machen? Das ist aber eine richtige Scheißposition. So, hangel dich... Zum Glück geht der Kletterhaken auch hier. So, hangel dich jetzt hier hin. Und der kommt jetzt wieder. Ja, genau. So. Warte, mir raten. Jetzt entdeckt er auf einmal die Leiche. Nein. Nein. Was macht... Ah! Scheiße. Ich wusste es, ey. Oh, das war so dumm schon wieder. Das war so dumm schon wieder. Es tut mir leid, wenn ich hier echt so rumfahle, ja? Aber das... Ey. Oh. Hallo? Boah. Ey. Da geht der einfach eiskalt hier runter. Jetzt geht er hoch. Da ist nämlich der Nächste da hinten. Oh Gott, 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 oh Gott. So, Moment. Ich nutze die Taktik. Giftreis. Der hängt jetzt nämlich voll fokussiert dahin. Und isst den hoffentlich. Und... 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 Nein, 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 nicht essen. Ah, shit, egal. Es hat trotzdem geplant. Ich müsste eigentlich echt viel öfter den... Den Reis hier benutzen, ne? Pferden! Oh, ich hab schon wieder nichts gesehen. Ich hab'n Pfeil gehört. Okay, das war ein Bogenschütze. So ein Penner-Bogenschütze, ey. So, hier hinter ist irgendwo jemand. Ist das eine Unschuldige, oder was? Ah, wer ist hier? Wer ist hier drin? Ich kann da... Ich kann's nicht gucken. Ah, da ist einer. Ah! Boah! Boah! Boah, ey, shit. Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Was? 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 Ach, da hinten. Ah! Oh mein Gott. Alter. Geh weg. Geh weg. Boah, ey. Shit. Jetzt dreht er sich rum, wa? Ne. Alles klar, sehr schön. Oh. Schöne Close-Up-Szene. So. Oh, dasselbe geht auch ganz schön lang, so. Die Parts werden länger, auf jeden Fall. Irgendwo da. Ach, da drin. Ah, ich verstehe. Ah! Ah, scheiße, 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 scheiße. Ah, Giftreis. Ah. Nein, nein, nein. Geh da hin und ess ihn. Sehr schön. Okay. Ah, perfekt. 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 Hol dir wieder den Reis. Und geh hier weg. Oh, Gott. Oh, fuck, ey. Nein, nicht den Reis schmeißen. Jetzt entdeckt mich wieder einer. Nur durch so einen Versiedlungsfehler. Ne, Quatsch. Diesmal nicht. So. Gehen wir hier hoch, bitte. Ah, ne. Hier oben ist gar nichts. Oh, Gott. Ah, hier, hier, hier hinter wahrscheinlich. Und? Ne, hä? Ah, ah, unschuldig. Okay. Unschuldige. Nein, hier ist nichts. Ich schreibe mich, warum die nur bei mir sagt, was das? Aber bei den Gegnern interessiert die das in Scheißdreck. Was sind das für Unschuldige hier? Ehrlich. So, jetzt. Okay. Und? So. Dann nochmal gucken, ob ich hier auch alle Gegner habe, ne? So. Wo muss ich denn jetzt hin? Also da hinten, da war auch noch einer. Aber? Moment. Dann können wir ja jetzt schön den Gegner suchen. Den Endgegner suchen, hä? So. Ist dieser Unschuldige drin? Okay. Okay. Ah. Ich bin auch mutig, ey. Ich laufe hier einfach so rum. Ah, gut. Ah, da ist noch ein Gegner. Okay, alles klar. Also war ich hier noch nicht. Moment mal. Moment mal. Nein. Oh Gott sei Dank. Mensch. Mensch. So, jetzt. Genau. So. Jetzt bin ich hier draußen. Aber hier draußen war ich schon. Hier war ich doch schon. Ja. Hier bin ich rein. Nee. Hier bin ich nicht reingekommen. Egal. Ich muss jetzt diesen Gegner finden hier. Ah, da draußen ist noch einer. Stimmt. Ah, nein, 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 nein. Nicht hoch. Ah, ich Idiot schon wieder. Egal. Der sieht mich hier nicht. Hä? Ah, da. Da ist der. Nee. Du siehst mich nicht, mein Freund. Nee, nee. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es bitte. Ich bitte dich doch schon drum. So. Und kann man jetzt so cool hier machen? Nee, kann man nicht. Aber egal. Komm. Der ist weg. Oh. Gut, dann. Und zack. Gehen wir wieder da hoch. Und zack. Zack. Und dann zack. Und jetzt muss ich gucken. Ah, der ist vielleicht hier. Aha, hier. Hä? Da ist noch einer. Ernsthaft? Das ist noch ein Gegner? Ah, ein Hund. Alles klar. Ja, dann. Geh doch hoch. Ah, sie geht nicht hoch, weil er das Ding ist. Okay. Also, wenn der Hund kommt. Schuriken ins Gesicht. So. Und zack. Sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen. Boah, das zieht sich ja echt in die Länge, ey. Das ist ja echt. Wie die Aufgabe. Oh. Wie die Aufgabe in meiner Arbeit. Jetzt ziehe ich auch in die Länge. So. Ich glaube, dann habe ich hier alle. Frage ich mich jetzt aber, wo ich hin soll. Aber hier war der Typ. Das kann nicht sein. Es kann nur da hinten sein oder so. Irgendwo, wo ich noch nicht war. Das ist das Blöde an dieser Karte hier. Dass man nicht sieht, wo ich war und wo nicht. Ja, unschuldige. Ich weiß. So. Hier, hier rein. Vielleicht ist das ja hier. Nee, auch nicht. Oh, jetzt muss ich das wieder suchen oder was. Ich habe jetzt auch keine Lust, kurz in meinem Let's Play zu gucken. Ah, vielleicht hier. Ah, da ist er. Da ist er. So. So. Lord Goddard trusted you. How could you betray him? Ja. I may have made mistakes. But I allow no women to score me like that. You shall die by my arrows. Your arrows are like you. Weak and twisted. I fear them. Not. Genau. So sieht es aus, ja. Ah, das ist ein Bogenschütze. Okay. Oh, was? Was ist noch der denn? Okay. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Ah. Schall. Stopp. Stopp, stopp. Stopp. Trink. Oh Gott. Ah. Scheiße, 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 scheiße. Oh, ey. Boah, fuck. Trink das. Boah. Boah, das war heftig knapp gerade. Oh, der schießt drei Pfeile auf einmal. Okay. Ich schmeiße die, scheiße, schmeiße die Bombe in die Fresse. Oh, jawohl. So und zack. Ah ja. Ja. Er ist am Feuer verbrannt. Okay. Alles klar. Wie kann ich mich verbrannt haben? Tja. Es kommt davon, wenn man die Frauen unterschätzt. Wie kann ich mich gewinnen? Hm, genau. Und Ninja, oder was? Immerhin, Ninja-Meister. Immerhin. Immerhin. Äh, ja. Also 400 Punkte, das habe ich in meinem Let's Play gesehen. 400 Punkte braucht man für Großmeister. Und ich habe eigentlich nur, ja. Äh, zwei Gegner waren das. Zweieinhalb Gegner haben mir zu Großmeister gefehlt. Aber ja. Ja, komm, bei dem Level. Das ist schon ein bisschen schwierig gewesen. Ha. Na ja. Ist aber egal. Oh, das ist doch schon halb fünf, ey. So schnell geht das. Ja, halbe Stunde, ne? Halbe Stunden Part. Genau, cutscene. Long ago, an evil spirit was trapped in a magical stone. This stone has the power to control minds and altar bodies. It has been stolen by a strange cult, calling itself Amanji. Amanji are using it to go from temple to temple, slowly building an army of zombie-like followers. Soon, they will start attacking villages, then towns, then cities. You must recover the stone and terminate the cult, before it's too late. Ah, genau, dieses komische Zombie-Level kommt jetzt. Ja, aber das würde ich sagen, äh, sehen wir erst das nächste Mal. Äh, ja, ja, wir haben den korrupten Finanzminister gekillt. Und genau, würde ich sagen, gucken wir uns den Bungee-Code in der nächsten Folge an. Ich werde das jetzt erst mal schneiden, so, und dann hochladen. Genau. Ja, danke an alle, die zugeschaut haben. Und wem es gefallen hat, der möge doch ein Abo da lassen oder ein Like. Und wem es sehr gefallen hat, bitte weitersagen. Gerne. Und jo, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne. Ciao, ciao.